Willkommen bei Civilization 6 und diesmal spielen wir, wie ihr sehen könnt, mit drei Jahren, den Römer. Warum? Weil er jedes Mal, wenn er eine Stadt gründet, ein Monument in diese Städte hineinbekommt. Und wir wollen natürlich dann einen sehr, sehr, sehr schnellen Kultursieg erringen. Und dafür brauchen wir ein paar Dinge. Erstens eine Religion, ihr seht schon Bergbau, dann Astrologie ist Key hierfür. Bergbau halt, um Welle abzuholzen, wovon wir zwar nur zwei haben. Deswegen gucken wir mal, was wir erreichen können an Siegbedingungen. Und wir brauchen halt eine Religion, um die Relikte mehr Tourismus zu geben. Dann brauchen wir Candy, wie ihr sehen könnt, oder Candy. Candy gibt nämlich einen super Bonus. Jedes Mal, wenn wir ein Naturwunder entdecken, bekommen wir ein Relikt. Das haben wir schon mal gespielt. Diesmal benutzen wir es aber wirklich massiv, um das Spiel so ein bisschen zu brechen. Und wenn wir ein Relikt bekommen, kriegen wir halt Tourismus natürlich dazu. Wenn wir jetzt also ein Naturwunder finden, dann klappt das. Aber erst wenn Candy natürlich unser Untergebener ist. Und dafür brauchen wir Himiko, wie ihr gesehen habt. Himiko habe ich als erstes gebaut. Und Himiko kriegt ihr deswegen als erstes, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil wir ein Mod installiert haben, Discover Hero Mod. Ja, warum mache ich das? Einfach um Lebenszeit zu sparen. Ihr könnt natürlich auch das Spiel konstant neu starten, bis ihr neben einem Naturwunder startet und dann Himiko als erster Heldchen findet. Das geht ohne Probleme. Ist aber, ja, lebenszeittechnisch ein bisschen wahnsinnig. Deswegen habe ich die jetzt hier reingehauen, so dass wir die auch wirklich kriegen können. Ihr findet eigentlich am Anfang immer irgendwo einen Held, entweder mit Kontinent, Naturwunder oder sonst was. Hier haben wir es halt schon. Und dadurch haben wir Candy jetzt als unser Untergebenen. Jetzt müssen wir eigentlich noch die Map langflegen und genau das nämlich finden, Naturwunder. Und jedes Naturwunder gibt uns jetzt ein Relikt. Das gibt auch mehr Glauben, was uns natürlich hilft, auch später die Religion schneller zu kriegen. Am besten wäre natürlich das Pantheon zu bekommen, wo wir auch noch einen Siedler bekommen, weil wir brauchen jetzt mehr Städte, um mehr Relikte festzuhalten. Und wir peilen so einen Sieg, ja, am besten 50, 60, 70, aber am besten, ja, vielleicht auch 30, 40 Runden an. Da muss allerdings alles perfekt laufen. Und schon allein, weil wir nur zwei Wälder haben, würde ich jetzt behaupten, dass wir so um die 60 herum anpeilen sollten und uns damit auch zufrieden geben sollten. Man kann das alles optimieren und verbessern und effizienter spielen. Aber es geht ja erstmal darum, einfach zu zeigen, wie man halt das Spiel möglichst schnell gewinnen kann. Himiko bewegt sich natürlich auch noch sauschnell. Was uns jetzt zum Beispiel auch noch zu unserem Erfolg fehlt, und deswegen können wir nicht ganz so rücksichtslos erkunden, ist tatsächlich Lernbringer der Heimorganisation. Also das wäre schon ein Grund, tatsächlich das neu zu starten, um wieder ein paar Runden abzusägen, um das ein bisschen schneller zu gewinnen. Auch das Pantheon ist leider nicht für uns da. Wir haben nur das Fruchtbarkeitsritus bekommen. Das heißt, wir können einen Handwerker bekommen, aber keinen Siedler. Ich nehme den Handwerker auch hier, weil alles andere bringt uns nicht so viel. Also auch die Persönlichkeitspunkte für den Heiligendistrikt, den wir später bauen wollen, würde uns nicht so viel bringen. Es wäre vielleicht sogar auch sinnvoll gewesen, direkt am Anfang auf Astrologie zu gehen, also schnellstmöglich den Heiligendistrikt anzugehen. Allerdings fehlt uns dann halt der Shop. Das heißt, wir hätten dann natürlich wesentlich langsamer mal das Ganze bauen können. Aber ich glaube, bei der Map wäre das erfehlenswert gewesen. Ansonsten laufen wir jetzt wirklich nur noch über die Map, entdecken erstmal alle Gegner des Spielers wichtig. Warum auch das ist wichtig, wenn ihr das nachspielen wollt? Ihr müsst mit allen Spielern eine Delegation schicken. Ihr solltet im Idealfall offene Grenzen haben. Handel und eine Freundschaft für alles erhöht, wie ihr hier in diesem Tourism Overview von Sukrikat, oder wie er heißt, sehen könnt, erhöht euren Tourismus Gain, sag ich mal. Das heißt, wenn ihr die Touristen erhalten wollt, solltet ihr eben schauen, dass ihr gut mit der KI klarkommt. Das ist aber, kann ich auch schon mal spoilern, nicht so gut gelaufen, wie man will. Am besten wäre halt mit allen befreundet zu sein und super funny zu sein und so weiter. Das wäre natürlich super cool. Am besten ist es auch, wenn man Kanada noch drin hat, weil dann kann man nämlich auch die diplomatische Gunst super teuer verkaufen. Auch da müssen wir sehen, ob wir das finden. Wir haben jetzt unser zweites Wunder gefunden. Und da merkt ihr auch schon, Hoppela, das war nicht so gut, weil ich habe noch keinen Lernbringer. Das heißt, dieses Ganze ist jetzt erstmal verloren gegangen, dieses Reliquie. Das heißt, wir haben schon eine Reliquie weniger, eigentlich schon restartwürdig. Da es trotzdem ganz gut geklappt hat, nehme ich das jetzt einfach mal als Showcase. Vielleicht finde ich ja nochmal besseren Werten zeigt das dann auch nochmal. Aber deswegen haben wir schon eins verloren. Das heißt, wir sollten gar nicht so aggressiv spälen, weil uns halt diese blöden Lernbringer fehlen. Die braucht diese Organisation, eigentlich im Idealfall, wir haben in den ersten, sag ich mal, zehn Runden Kandi, Kimiko, die Geheimorganisation Lernbringer und am besten mit allen KI-Gegnern, die ihr habt, halt auch schon friedliche Beziehungen über Delegation hingeschickt. Das wäre halt optimal, was ihr da erreichen könnt. Und erst wenige Runden später dann, nachdem wir dann auch hier den Saladin gefunden haben, ich glaube, das ist Runde 17, 17 tatsächlich, haben wir die Lernsänger erst bekommen. Also es ist extrem spät, viel zu spät, wenn ihr wirklich eine richtig gute Zeit unter 50 haben wollt. Das heißt, wie gesagt, jetzt haben wir drei Slots, um nochmal Reliquie bereitzustellen. Haben aber schon eine Reliquie verloren, also eine Naturwunderschutz verloren, was natürlich acht Tourismus schon ohne Religion sind. Und das kann sich schon extrem stark auswirken und wird deswegen nicht zur Bestzeit kommen. Trotzdem werden wir hier sehen, dass wir das Spiel relativ schnell gewinnen können. Bebaren gehen jetzt auch ziemlich auf den Nerven, natürlich auch idealerweise, wenn die Bebaren von Gegnern besiegt oder von Stadtstaaten. Ihr findet noch ganz viel Goodie Huts, also diese Stammesdürfer. Und ihr wisst am besten schon, wo alle Naturwunder sind. Wenn man das also optimieren will, müsste man dann wieder neu starten und das immer weiter optimieren. Ich habe hier tatsächlich zweimal gestartet, aber Lehrenbringer zweimal nicht bekommen. Das heißt, hier ist mit 17 Runden sogar das Beste, denn das andere, wo ich es gestartet habe, hat gar nichts gebracht. Also kam kein Lehrenbringer, egal was ich gefunden habe. Da war ein neues Relikt, das heißt, wir haben jetzt zwei, mit 16 Tourismus, wie ihr oben sehen könnt, in der 18. Runde. Was ganz okay ist, aber wir hätten ja jetzt theoretisch schon 24, hätten wir die Lehrenbringer direkt bekommen. Und 24 macht schon viel aus, weil das Problem ist auf Gottheit, dass die KI natürlich auch relativ schnell auch pusht, je nachdem, welche KI-Gegner ihr habt. Das heißt, es wird immer schwerer, je weiter ihr nach vorne kommt, so einen kleinen cheesy Victory zu holen, wie wir jetzt hier angehen. Und deswegen müsst ihr natürlich schauen, dass er frühestmöglich mit Tourismus schon mal glänzt, sodass ihr da gar keine Probleme habt. Wenn ihr seht, ich check gerade nochmal, ja, diplomatische Grunds bringt nichts. Ihr könnt dieses Tauschen, den Austauschmechanismus nehmen mit Quick Deals, um ein bisschen Geld zu holen, um vielleicht einen Siedler noch rauszupuschen. Weil ihr braucht im Idealfall für diesen richtig schnellen Sieg drei Städte relativ schnell, um halt so neun Relikte zu haben. Neun kriegt ihr aber nur, wenn ihr die Helden auch noch gebaut habt in den weiteren Städten. Und das kostet natürlich extrem viel. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt Astrologie und bauen unseren Heiligendistrikt. Ich habe einmal gejobbt für einen Siedler, damit haben wir schon die zweite Stadt. Ich hoffe damit, einen schnellen zweiten Helden rausholen zu können. Ihr seht aber, dass es dauert, ja, viele, viele Runden auch mit, selbst wenn ich jetzt einmal shoppen würde oder sowas, oder ein Bergwerk da auf Salz baue, bringt es trotzdem nichts, da jetzt großartig auf Hoffnung zu gehen, dass wir das schnell wegkriegen. Das heißt, wir verlieren wieder Zeit, weil wir halt nicht schnell mehr Relikte bauen können. Die Map ist also nicht optimal, aber wir können trotzdem recht gut arbeiten, weil Kandi eben so nah ist. Wir haben in Rom noch neun Runden dafür, sollten also jetzt gleich dieses Feld noch kaufen und das auch noch wegshoppen, um möglichst effizient das Ganze rauszuholen. Und danach geht es nur noch auf diese Heiligenstätten-Anrufungen, sodass ihr noch mehr große Prophetenpunkte bekommt und den dann mit Glauben, ihr seht oben, wir kriegen so viel Glauben, das ist komplett einfach, dann tatsächlich auch kaufen können, um die Religion möglichst schnell zu kriegen. Im Nachhinein, wie gesagt, würde ich empfehlen, zuerst Astrologie, gerade mit dem Sied hier, und dann im Nachhinein einen Bergbau erforschen und dann die Shops zu machen, während das Ganze schon produziert. Ich glaube, das wäre hier wesentlich intelligenter gewesen. Danach, die Vorstellung ist eigentlich relativ egal. Ja, so Kleinigkeiten kann man noch machen, aber es geht eigentlich nur noch darum, wirklich, wie gesagt, hier mit allen Einheiten in die Gegend rumzulaufen, die Gegner alle zu finden, hoffentlich halt Freundschaften zu erklären und die Relikte aufzudämen. Gerade haben wir schon wieder einen Relikt bekommen, das heißt, es gibt ja so eine gewisse Anzahl von Naturwohnungen. Ehrlich gesagt habe ich mich gar nicht informiert, wie das sind, aber ich meine, das sind so pro Spiele eins, sagen wir mal sechs bis acht, irgendwie sowas, sind es halt. Ihr seht, jetzt hauen wir die Prayer rein. Diese Prayer sind halt wichtig, um eben mehr Prophetenpunkte zu bekommen. Und ihr seht, 57 würde das jetzt kosten, also glauben. Das heißt, wir haben nicht mehr ganz so einen langen Weg, wenn wir zwei, drei Hunden da noch pushen, können wir uns dann auch schon den Großpropheten kaufen. Wichtig ist vielleicht, ihr seht nochmal, ich checke hier die Grenze, ob ich offene Grenzen verkaufen kann. Da habe ich zum Beispiel gerade schon verpasst, dass man die verkaufen kann. Eben nochmal, jede offene Grenze erhöht das Tourismus, ja den Tourismus-Input oder Output, wie man es sagen will, sodass ihr halt diese Touristen generieren könnt. Je mehr Freundschaften, je mehr offene Grenzen, desto besser beidseitig ist natürlich das Allerbeste. Ja und Handeln wäre auch noch gut, kriegen wir aber jetzt in der Zeit tatsächlich sehr schwer geregelt. Was wir aber geregelt bekommen, ist halt den großen Propheten. Ihr seht, wir konnten uns jetzt relativ schnell kaufen, eben durch diese Prayer, diese Heiligenstädte, Gebete, die wir machen können. Die brauchen wir jetzt nicht mehr, brauchen die Religionen eben nur aus einem Grund, der jetzt sofort klar wird, wenn wir die Religion nämlich gründen, können wir unsere Relikte nochmal boosten. Eine Runde weiter, wir können unsere Propheten aktivieren und wir können die schöne Religion Relikte nehmen. Schön viel Ausrufezeichen, um es ein bisschen zu betreiben. Und Reliquienscheine, wie ihr sehen könnt, dreifache Menge an Tourismus und Glaube. Plus wir nehmen noch 30% reduzierte Kosten für Apostel, damit wir schneller unsere Religion auch in unseren drei Städten, die wir mittlerweile haben, verbreiten können. Beziehungsweise zwei, die erste Stadt ist ja schon unserer Religion folgend. Das heißt natürlich auch, dass die anderen Städte auch diesen Bonus geben. Ob das jetzt noch so richtig sinnvoll ist? Ja, schon, weil jetzt wollte man, da kommt das nächste Relikt übrigens, wollte man eigentlich ja schon Richtung Sieg geben. Wir sind jetzt schon in der 36. Runde, aber wir sind halt tatsächlich noch ein bisschen hinterher. Deswegen ist es gut, wenn wir jetzt wirklich alle Städte nochmal pushen mit unseren Aposteln, sodass wir da möglichst viel Tourismus haben. Ihr seht, wir haben jetzt 112 Tourismus in eben der 36. bzw. 37. Runde, was schon extrem enorm ist. Und in 7 haben wir nochmal ein Naturwunder gefunden. Ich glaube, wir haben jetzt fast alle, es müsste nur irgendwo eins, würde ich jetzt mal rein von der Karte ausgehen, unten links sein, also im Südwesten. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt noch finden. Wir müssen auch immer darauf achten, dass wir halt genug Slots dafür bereithalten, um es auch wirklich aufzunehmen. Das kriegen wir halt nur, indem wir halt neue Städte gründen oder eben unsere Helden auch bauen. Wenn wir die Helden bauen, können wir nämlich unsere Monumente, unsere Lernsänger-Monumente nochmal upgraden und dadurch nochmal mehr Relikte halten, die wir sonst nicht halten können. Deswegen macht man ja auch den Start mit drei Jahren, um eben die Monumente zu haben, um eben schnell einen Helden zu bauen, um damit auch wirklich diesen Push machen zu können. Alles andere ginge nicht. Ihr seht jetzt, überall werden jetzt die offenen Grenzen endlich mal verteilt. Ich habe sie, glaube ich, schon mal verteilt bei denen, wo es möglich war. Jetzt habe ich bei Saladin auch endlich mal daran gedacht, das zu tun. Wie gesagt, das ist ein bisschen, ihr könnt das auch oben in diesem Mod nochmal sehen, wobei ich da jetzt nicht so, ich gehe da ein bisschen nach Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir können auf jeden Fall sehen, dass halt die höheren Werte kommen, um eben die Touristen zu generieren, indem wir halt diese offenen Grenzen haben. Ihr seht, 136 Tourismus ist schon sehr gut. Ihr könnt es hier auch nochmal erkennen, wie viel wir kriegen. Man sieht halt, wie viele Werte da sind. Die sind von 120 bis 180, glaube ich, war es. Einen verschiedenen Wert. Auch jede Kultur, müsst ihr daran denken, zählt auch noch ein bisschen was für Tourismus. Ist nicht gigantisch, aber hilft schon mal dabei, auch den Tourismus bei euch zu behalten, beziehungsweise ausländische Touristen anzuziehen. Eins, was wir da sonst noch machen können, ist halt, wie ihr gerade gesehen habt, die Religion verbreiten. Denn die Religion sollte auch nochmal dahingehend positiv sein, dass wir halt mehr Einfluss auf die Fraktionen nehmen und gleiche Religion. Meine ich, gibt auch noch Tourismus dazu. Auch da ist so ein bisschen die Gefühlssache eher von mir dabei. Aber dass wir halt natürlich je enger und je gleicher wir sind, auch die Regierung spielt da zum Beispiel eine Rolle, desto besser funktioniert das natürlich mit dem Tourismus. Haben wir zum Beispiel jetzt eine Autokratie und die anderen Demokratie, das kennt man ja auch im realen Welt, dann ist es natürlich schwierig, dass man da einen fluiden, also einen flüssigen Tourismus hat. Und so ist es auch so ein bisschen in Civilization simuliert. Das heißt natürlich am besten ist, wenn wir alle die gleiche Regierungsform haben. Momentan haben wir einfach die Standard-Regierungsform. Und ich glaube, wir werden ganz jetzt ganz am Ende nochmal einmal wechseln. Habe ich auch gar nicht mehr darauf geachtet. Müsste man aber, wenn man es optimieren will, vielleicht ein, zwei Hunden abschäven will, mal schauen, was die anderen haben und sich danach orientieren. Wobei bei fünf Gegnern es wahrscheinlich ist, dass sie natürlich andere Regierungsformen haben. Und deswegen sollte man vielleicht sogar besser in der Standard-Regierungsform bleiben. Wir haben ansonsten unseren letzten Gegner getroffen, Lautaro. Lautaro ist ja immer extrem nervig. Gut, wir sollen uns jetzt in der kurzen Zeit nicht stören. Wir haben unser Relikt-Limit leider erreicht. Das heißt, wir warten jetzt eigentlich nur darauf, dass wir da diesen blöden Helden, Nansi, glaube ich, habe ich gewählt, der nicht blöde ist, sondern sehr gut ist, aber willkommen, damit wir halt neue Relikte-Slots haben. Sonst können wir erstmal nichts weiter tun. Wir dürfen auch gar kein neues Naturwunder finden. Und wir müssen darauf achten, wenn Himiko stirbt oder ich weiß nicht was, aufgelöst wird, dann kriegen wir auch noch einen Relikt. Und dafür sollten wir natürlich auf jeden Fall einen Platz haben. Ich weiß noch nicht mal, es kann sein, dass wir wieder eins da verlieren. Das ist halt manchmal etwas schwierig, wenn man eben keine gute Produktion in der Stadt hat oder viel wegshoppen kann von Wald oder so weiter. Das würde natürlich helfen. Lautaro merken wir uns auch nicht gerne. Das heißt, auch da kriegen wir keine Freundschaftserklärung, was natürlich das Ganze wieder etwas verlängert und leider auch wieder einige Züge dazu gibt. Ihr habt aber auch gesehen, dass wir schon den ersten ausländischen Touristen bei uns haben. Das heißt, wir nähern uns langsam unserem Ziel. Wir haben ein goldenes Zeitalter erreicht. Ist jetzt nicht wirklich sinnvoll. Wir haben Monumentalität natürlich immer zu wählen. Haben auch, wie gesagt, keine Shops. Von daher können wir da jetzt nichts beschleunigen. Sind auch schon in der über 40. Runde. Sollten aber jetzt langsam Richtung Sieg halt steuern mit 160 Tourismus, die wir jetzt hier auch schon seit, ja gut, 120, zumindest seit einigen Runden aufrechterhalten. Mit dem letzten Relikt sind wir halt bei 160 gelandet. Das ist natürlich sehr gut. Jetzt können wir noch bei den einzelnen Kulturstadtstaaten nochmal eins reingeben, einfach um ein bisschen mehr Kultur noch zu pushen, obwohl wir natürlich erbärmlich wenig davon haben. Trotzdem können wir damit vielleicht noch irgendwie einen Touristen mehr anziehen in der Zeit, sodass die Zeit oder der Sieg doch etwas früher kommt, als man es wünschen würde. Eigentlich müsste ich Himiko, das habe ich aber auch wieder, wieder kann man optimieren, nicht mehr benutzen, um zum Beispiel Ayutaya, wo man nämlich auch 10% für jedes Gebäude als Kultur kriegt, nochmal als Luzerän zu haben. Habe ich tatsächlich einfach missachtet. Ich wollte es, glaube ich, machen, habe es dann aber doch wieder verdrängt. Das ist halt, wenn man das so mal nebenbei macht. Man kann immer noch optimieren. Und ihr seht oben natürlich in unserer Hauptstadt sehr viel Barbarenalarm und soll leider in unserer Heiligendistrikt auch geplündert worden. Ich weiß nicht, ob das wirklich Auswirkungen hat. Ich meine nicht, weil wir noch keinen Tempel haben und ohne Tempel können wir kein Relikt halten. Von daher ist der relativ egal. Das wäre jetzt auch die letzte Forschung, die ich angehen würde, wobei die, wie gesagt, eigentlich schon nicht mehr nötig sein sollte, den Tempel noch zu bauen oder zu kaufen. Ja, eher nicht zu bauen. Bauen wäre viel zu lange. Und wie gesagt, weiter die Religion zu verbreiten. Das mag Saladin natürlich gar nicht gern. Da uns aber eh schon nicht mag, soll uns das relativ egal sein. Denn wir wollen einfach noch ein bisschen mehr Gleichheit unter uns schaffen, um eben den Druck zu erhöhen. Saladin war auf jeden Fall einer von denen, die noch nicht übernommen worden sind. Und China, glaube ich, hat noch sehr viele Touristen, weil China eben auch Weltwohner, ich glaube, ein oder zwei gebaut hat. Ein letzter Shop bringt uns dann auch endlich neue Heldinnen. Aber es war gar nicht Nancy, sondern, oh ja, da werden wir irgendwas gewählt wahrscheinlich. Und jetzt haben wir natürlich noch mehr Reliktplätze, was eben ganz wichtig ist, weil Himiko müsste jetzt auch direkt irgendwann, naja, das Zeitliche sinken. Ja, wir haben auch ein bisschen Abflau in Tourismus. Also kann es doch sein, dass der Tourismus dadurch beeinflusst wurde. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Das habe ich auch im Spiel überlegt, was ist das genau? Hat aber jetzt nicht mehr so viel Real-Life-Time, um dann mal zu überlegen, was könnte das Problem sein? Warum schwankt das jetzt so massiv? Es muss irgendwas damit tun, dass wieder unsere Religion gepusht wurde von irgendeiner Richtung. Oder, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Könnt ihr mir gerne mal helfen, wenn ihr das wisst, warum das jetzt so abgefallen ist. Jetzt sind wir bei 154 nach Himikos. Naja, Niedergang. Aber wir haben tatsächlich eben sechs in der Miese sozusagen. Sind aber bei sechs von zwölf ausländischen Touristen. Das heißt, wir sind bald eigentlich so weit, dass wir unseren Sieg anstreben können. Es sollten nur noch wenige Runden sein. Hier seht ihr nochmal den kläglichen Versuch, wie ich eine Handelsroute aufstellen will. Halt auch wieder Richtung Saladin, weil er halt erreichbar ist. Und weil er noch mehr Touristen hat, die wir halt anlocken könnten, theoretisch. Das heißt, ich schicke die jetzt dahin. Und naja, die wird direkt geplündert. Ich würde auch sehen, dass ich Uya noch in den Tod schicke. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, um eben ihre Relikt noch schnell abzusacken, weil wir haben keine Zeit mehr, auf ihren Tod zu wachten, auf natürlichem Wege. Deswegen opfern wir uns im Prinzip jetzt. Ihr seht natürlich auch, dass die Barbaren da komplett ausrasten und nachher nur mit diesen Azteken-Kriegern da stehen, sodass sie sowieso keine Chance langfristig zu überlegen. Und wie gesagt, das bringt uns nochmal ein, zwei Runden vielleicht weg, dass wir schneller gewinnen können. Es ist rechnerisch schwer. Es sind halt nicht viele Runden, die sie uns beistehen, mit ihrem Relikt. Aber immerhin besser als nix. Die Diplomatie schaltet damit auch endgültig. Wir können nämlich keine Freundschaft mehr mit Nubien treffen. Und wir werden auch gleich sehen, dass Kongo uns auch nicht mehr riechen mag, weil wir so nah am Sieg sind. Ich weiß nicht genau, es kann gut sein, dass wir vielleicht hätte das früher oder später timen sollen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir keinen Freundschaftsvertrag mehr bekommen mit den Fraktionen. Die Nervosität steigt bei mir. Ich denke, warum kommt hier nicht dieser Sieg? Warum geht es nicht? Deswegen baue ich tatsächlich oder kaufe mir tatsächlich noch ein Tempel, wie ich eben schon angedeutet habe, um halt noch einen Slot zu haben. Ein bisschen mehr Glaube, was nicht viel bringt. Ich glaube, die können auch langfristig Tourismus bringen, aber jetzt kurzfristig natürlich nicht. Das heißt, ich habe es einfach nur gemacht, falls wir noch irgendein Relikt kriegen. Aber wir haben halt keine Möglichkeit, mehr ein Relikt zu bekommen. Wir haben nämlich, glaube ich, alle Naturwunder oder würden da jetzt nicht mehr hinkommen zu Naturwunder. Unsere Erkunderin Himiko ist ja gestorben, genauso unser Speer. Der wurde abgeschossen von einem verfluchten Schiff. Wir haben noch den zweiten Speer, der war jetzt gerade wieder in den, ja sag ich mal, bekannten Gefilden noch herumforscht. Das heißt, in den letzten Runden plagen wir uns einfach noch ein bisschen mit Barbaren ab, tun so, als wenn wir noch irgendwas produktiv machen könnten und verzweifeln daran, dass keiner mehr mit uns befreundet sein will, weil, keine Ahnung, wir schlecht riechen und uns nicht mehr geduscht haben, weil wir hier so schwitzen, um einen möglichst schnellen Siegchen zu bekommen. Erster Blick, trotz des ganzen Rantons und beklagen, zeigt aber, wir haben zwölf von zwölf Tourismen. Das heißt, ihr seht noch immer, ich bin noch ein bisschen nervös, aber nein, das war's. Wir haben es tatsächlich geschafft, in der 53. Runde einen Sieg hinzubekommen. Wie gesagt, 53. Runde, ich meine 53, auch 54, ich nehme es dann 53. Runde, weil, ist so. Vorher noch eine Runde, habe ich 56 geworden, leider noch immer sehr schwach. Ich hätte mir gerne unter 50 auf jeden Fall gewünscht. Hätte ich mehr Real-Life-Zeit, würde ich das auch auf jeden Fall noch mal versuchen. Es gibt andere YouTube, wir haben auch 36 geschafft und unter 50 auf jeden Fall. Man müsste halt einen noch besseren Seed finden, auf jeden Fall mehr shoppen können und ein bisschen optimierter spielen, dann könnt ihr das schaffen. Könnt ihr ja gerne mal nachspielen, wir wollen mal zeigen, was ihr so geschafft habt, welche Rekorde ihr da aufstellen konntet. Ich finde es auf jeden Fall ganz nett, so ein bisschen Speedrun-mäßig, da diese Mechaniken auszunutzen, die es ja nun mal gibt und die jetzt auch nicht übelcheezy sind, sondern eher einfach strategisch gut genutzt sind. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wie gesagt, vielleicht konnte ich euch ein bisschen inspirieren. Wir sehen hier nochmal unsere ganzen acht Delikte und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Lasst gerne ein Laumla und ein Abo. Tschüssi!